hallo liebe community family und wieder mit der 33 folge von valkyrie chronicles remaster ihr müsst jetzt alle durchkommen ja sonst seid ihr am arsch koreo 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 dann dass auch durch das war gut so ja du musst jetzt bewegen war in kannst du dich bisschen machen oh wir haben das lieb ja 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 die panzer haben sich nicht ich bin als sauberer schuss wo es man schafft schützen du musst doch deine neue waffe ausprobieren ich kann dir genau in die fresse gucken was das ist doch eine verarsche man hat ihn feuer kraft alter jetzt wird's kriminell okay ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Am 1. Nummer 2. Nummer 3. Panzer zerstört. So. Nee. No. No. Komm her! Sonny! Sonny. Sonny Tüter. Alter! Passer klein, passer da durch. Aber sonst sehe ich Schwarz für uns da. Also wir müssen von hinten aus. Das hat... ...Poncom 2000. Okay. Okay. Wir müssen hier jetzt mit den Panzern arbeiten. Und das war... ...nummer das. ... 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 Die würden keinen Spaß haben. Der verfisst sich gleich. Der sagt sich auch gleich. Nö, weg, 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 weg. Oh, der Schuss hat gesessen. Oh, könntest du nicht ein Headshot treffen? Ein Headshot wäre so schön gewesen. Ich brauche da freie Sicht. Sehr schön. Sehr schön. So. Und das war sein Fehler. Ja, mir den Arsch hin zu heilen. Okay, Nummer 1. Hä, war was? Wer hat auf mich geschossen? Mein Helm fängt alles ab. Ich bin neu. Oh Mann ey. Einen Schuss habe ich nur noch. Alter, mit 6 HP überlebt die Sau. Du bist jetzt unsere Hoffnung. Okay. Okay, das Thema Hoffnung kann man hier mit sich erledigen. Ja, das war so. Ja 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 ja. Oh. halt da an habe ich noch kohle kreis noch ein land zu schuss diese haben das überlebt fragt mich wie aber die haben sie überlebt und dann machine was kaputt Ja, das ist klar. Alter. Ich hasse diese Steuerung, ich hasse die... Alter. Äh, diese Panzersteuerung ist sowas von ein Graus. Ja. Und das war Nummer 1. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 4. Oh, nice aheri. I come up by dot com. Ich bin mit der Karte. Ja. Alter. Wie fährt er aus? Da schießt man weiter auf ihn drauf. Alter, wie kann das sein? Ich zieh auf den Schädel und ich krieg kein Handy. Er kriegt kein Handy. Akzeptiere ich nicht. Alter. Zielsteuerung für den Arsch würde ich mal sagen. Underdog Gable Short. So wollte ich das haben, Bazinga. Meine Fresse. Gut. So, wir haben den Punkt eingenommen. Ihr kennt euch auf... Genau, auf die Seite konzentrieren. Yes. Äh... Und das war's auch mit dieser Folge. Ich sag wie immer zocko. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Äh... Geh mal die Kuh. Ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule, die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule, ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zockgut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.